Im Mai 2017 startet ein neues, noch nie in der Art dagewesenes Kryptowährungsprojekt, der Realwertcoin. Was sind die ältesten Zahlungsmittel der Welt? Edelmetalle. Sie sind weltweit bekannt, handelbar und nachhaltig. Und welches ist das modernste Zahlungsmittel? Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und viele mehr. Schnell, einfach, anonym und binnen kürzester Zeit bereits akzeptiert. Realwertcoin bietet Ihnen im Mai diesen Jahres das Beste aus diesen zwei Welten. Wir vereinen Tradition und Moderne mit einem Coin und bieten Ihnen ein mehr als lukratives Marketingkonzept. Einige Fakten können wir Ihnen bereits nennen. Der Realwertcoin wird direkt handelbar und gelistet sein. Er verfügt über eine revolutionäre Blockchain-Technologie. Viel schneller als die derzeitige Blockchain des Bitcoins. Der Coin ist zu einem Teil rückgedeckt mit Edelmetallen und dem Marktwert des Unternehmens. Zum anderen bietet er Ihnen durch sein einzigartiges optimiertes Konzept ein Wertsteigerungspotenzial wie das Urgestein der Kryptowelt, der Bitcoin. Ein Team von 30 Spezialisten, erfahrenen Kryptowährungsprogrammierern und Finanzkaufleuten hat über zwei Jahre am Realwertcoin gearbeitet. Neben vielen anderen Fakten, die Ihnen zum Launch bekannt gegeben werden, erwarten Sie als Partner ein äußerst lukrativer Marketing- und Provisionsplan mit Bonifikationen, Incentives und Vorzügen. Der wohl größte Vorteil kommt aber jetzt. Sie haben jetzt bereits die Chance, sich frühzeitig zu positionieren und zwar kostenfrei. Und wir bieten dazu einen gigantischen Mehrwert. Wir positionieren manuell mit unserem Backoffice alle Partner, die sich täglich registrieren, nach und nach untereinander und zwar so. Alle Partner, die sich heute registrieren, kommen in das erste Level, Level 1. Alle Partner, die sich morgen registrieren, kommen darunter in Level 2 und so weiter. Auf diese Art und Weise haben Sie die Chance, sich jetzt bereits Ihr Team zu sichern und können einen Turbostart hinlegen und profitieren sofort durch potenzielle Umsätze. Wichtig! Falls ein Mindestumsatz für die einzelnen Stufen benötigt werden sollte, rufen wir Sie sogar vorher an und informieren Sie über Ihre potenzielle Downline und den Umsatz, der entstehen wird. Da wir auch Sie und Ihr Team respektieren, helfen wir Ihnen auch damit weiter. Sie haben selbst zusätzlich die Chance, diese Seite mit einem Revlink zu erhalten und so Ihr Team zu registrieren. Tragen Sie sich bitte jetzt ein Realwertcoin. Das Beste aus zwei Welten.